So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast-Video auf meinem Kanal youtube.com slash störtepriest. Bitte um Unterstützung, alle Links sind in der Videobeschreibung. Und heute schauen wir uns nochmal diesen Tino Chrupalla an. Was mich jetzt ziemlich verwundert, also es steht ja hier zum Beispiel auf Twitter bei der AfD, Stellungnahme zu dem Zustand des Bundessprechers Tino Chrupalla. Bundessprecher Tino Chrupalla wurde am 4. Oktober 2023 nach einem derzeit noch in der Klärung befindlichen tätlichen Angriff während einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus geliefert. So, jetzt sagen ja manche, da gibt es gar keinen Hinweis da auf einen Angriff oder es hätte ihn vielleicht eine Wespe oder eine Biene gestochen in den Oberarm. Ich finde das alles schon ziemlich merkwürdig. Und wir versuchen jetzt einfach logisch darüber nachzudenken, wie können wir denn die größtmögliche Wahrscheinlichkeit für uns herausziehen. Ob das dann am Ende stimmt, das wissen wir nicht. Auch wenn wir eine Wahrscheinlichkeit haben von 70 Prozent, kann man trotzdem diese 30 Prozent erwischen, bei denen man dann falsch liegt. Aber lasst uns das einfach mal ganz logisch anschauen. Dort diagnostizierte man eine Stichverletzung. Das ist auf jeden Fall schon merkwürdig. Wo kommt die Stichverletzung her? Von einer Wespe, von einer Biene? Herr Kropalla litt darüber hinaus über starke Schmerzen und Übelkeit. Er war stets ansprechbar, musste jedoch intensiv medizinisch überwacht und behandelt werden. Also behandelt, das heißt, er hat auch irgendwas bekommen. Also die haben den nicht einfach nur so liegen lassen und gesagt, naja, es wird von allein wieder vergehen, sondern da musste was gemacht werden. Tino Kropalla konnte mittlerweile Ingolstadt verlassen und wird sich in weiterführende ärztliche Behandlungen begeben. Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen Unbekannt. Jetzt ist halt einfach die Frage, wenn das jetzt ein Bienen- oder ein Wespenstich war, ist es nicht zu erkennen? Und ist es dann wirklich notwendig, dass die Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt? Da heißt es ja immer, wenn ein Anfangsverdacht besteht, wird ermittelt. Aber wenn man doch jetzt ganz eindeutig sieht, den hat eine Wespe gestochen, ergibt es Sinn? Frage ich euch da draußen. Schreibt es mir in die Kommentare. Das Ganze war am Mittwoch, heute ist der Freitag. Jetzt schauen wir einfach mal auf seinen Twitter-Account, ob er irgendwas getwittert hat, der Tino Kropalla selbst. Nein. Aber auf welche Schlüsse könnten wir denn jetzt kommen? Also ich sehe das schon, im Internet geht es heiß her. Da wird jetzt die AfD diffamiert mit Opferrolle und so weiter. Das hat ja dieser Ramelow rausgebracht. Hier ist das passende Bild dazu. Warum nur? Warum fällt mir das heute ein? Ich weiß gar nicht, aber es kam mir heute Morgen so in den Sinn. Und wie waren das da mit den Wahlen? Es wurde doch da etwas anderes gewählt. Dann hat die Merkel diese Wahl rückgängig gemacht. Die hat dann nochmal stattgefunden und dann wurde da Bodo Ramelow wieder ins Amt gehievt. Alles merkwürdige Zufälle. Aber jetzt mal zurück zum Tino Kropalla. Was ja jetzt schon mal sehr merkwürdig ist, dass die Alice Weidel ja für diese Wahlkampfperiode mehr oder weniger ausgeschaltet wurde. Da sagen dann auch wieder, das hat die irgendwie frei erfunden, dass sie Urlaub auf Mallorca macht. Ist das wahrscheinlich für euch? Und zugleich auch noch der Tino Kropalla. Da sagen auch wieder alle fake und das haut überhaupt nicht hin, das ist alles gelogen. Der hat dann bestimmt da im Krankenhaus, da haben die auch alle gefakt. Die Krankenschwestern, die Leute, die ihn behandelt haben. Und jetzt eine andere Frage, wenn wir jetzt ganz logisch überlegen, wem wird das denn was nutzen? Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, diese Alice Weidel und der Kropalla, die würden mitten im Wahlkampf faken. Also die erfinden da jetzt einfach irgendwas, sodass sie als Opferrolle dastehen. Ist das logisch für euch da draußen? Würde das der AfD nicht extrem schaden, wenn dann rauskommt? Die haben das alles nur frei erfunden. Und wer die zwei Politiker kennt, die Weidel und den Kropalla, ich habe mir da schon einige Reden von denen angeschaut, passt es zu ihrem naturell? Fragt euch das einfach mal, schreibt es mir in die Kommentare. Meine Meinung dazu ist nein. Also mir fällt auf, dass zwei gleichzeitig ausfallen und mir fällt auf, dass die Gründe komisch bis dubios sind. Könnte den Kropalla vielleicht irgendeine Wespe oder Biene gestochen haben? Ja, könnte. Aber ich frage mich ganz ehrlich, kann man das im Krankenhaus nicht feststellen? Und was auch noch merkwürdiger ist, das Ganze hat sich ja am Mittwoch zugetragen. Und warum hören wir da jetzt immer noch nichts darüber? Und warum wird das nicht in den Medien richtig aufgearbeitet? Also auf mich wirkt es so, wie wenn das eher als Randnotiz behandelt wird. Aber wir reden hier von der größten Oppositionspartei Deutschlands. Das sind alles so merkwürdige Zufälle, dass das irgendwie so ein Geschmäckle hat auf mich. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das dann vielleicht irgendwelche Antifanten waren, also wenn es da wirklich einen Einstich mit einer Spritze gab, wie es ja anfangs hieß, sondern ob da möglicherweise noch ganz andere Mächte dahinter stecken, wie zum Beispiel der Geheimdienst. Das klingt jetzt vielleicht etwas abstrus, verschwörungstheoretisch. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt mal in alle Richtungen denken. Was glaubst du denn persönlich da vom Monitor? Wie kommt es denn dazu, dass jetzt zwei Politiker von der größten Oppositionspartei zeitgleich ausfallen? Ist das Ganze logisch? Und ist es logisch und schlüssig, dass die zwei sagen, ach, wir machen jetzt mal auf Opfer, dass wir mehr Wähler kriegen? Und drum erfindet der eine, ja, er wurde irgendwie gepikst. Und die andere erfindet irgendwie, dass sie bedroht wurde und macht dann Urlaub auf Mallorca. Und dann gehen die natürlich davon aus, dass das niemals rauskommt. Der Chrupalla hat vielleicht nur simuliert oder so und alle Krankenschwestern bestochen, so wie manche glauben, oder? Und da stelle ich mir schon die Frage, was ist wahrscheinlich und was macht Sinn? Meine persönliche Meinung dazu ist, erst mal merkwürdig, dass zwei gleichzeitig ausfallen. Das könnte vielleicht ein blöder Zufall sein. Aber ich weiß nicht, ob ich an den Zufall glauben soll. Gehen wir zum Chrupalla. Der hatte einen Sakko an. Ist es logisch, dass sich da eine Wespe oder Biene auf seinen Sakko setzt und durch das Sakko durchsticht? Ja, das kann passieren. Ist es aber wahrscheinlich. Kann man nicht genau sagen. Also die Theorie mit der Wespe oder Biene, die halte ich auch für plausibel, dass das einfach so ein blöder Zufall war und dass das da passiert ist. Wobei wir jetzt ja auch Herbst haben und so viele fliegen da nicht mehr rum, aber dennoch kann das passieren. Gehen wir zu Alice Weidel. Ist es wahrscheinlich, dass die einfach überarbeitet war und die wollte Urlaub haben und hat dann irgendwie sowas erfunden und denkt sich dann auch, das wird ja eh nie rauskommen. Die Leute, die sind alle blöd und ich habe jetzt keinen Bock auf Wahlkampf. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich mache lieber Urlaub auf Mallorca. Ich frage dich da draußen. Ist es logisch? Macht es Sinn? Und vor allem, dass das zeitgleich passiert. Dann gibt es noch die These beim Chrupalla, dass es sich um einen Angriff handelt. Erst wird er die Alice Weidel evakuiert, weil sich irgendwelche Hinweise verdichtet haben, dass die angegriffen werden soll oder dass es dann einen Verdacht gab. Und dann plötzlich, paar Tage später, bricht dieser Tino Chrupalla zusammen. Zufall? Ja, kann sein. Wahrscheinlich? Ich weiß nicht genau. Dann gibt es noch die Theorie von so Antifa-Leuten, als er zum Beispiel sich und das Volk gemischt hat, aber da waren ja seine Personenschützer auch dabei, als er so Selfies gemacht hat mit den Fans oder Wählern oder wie man das auch immer nennt. Kann er da gestochen worden sein? Ja, durchaus. Aber es gibt dann wohl auch noch so Aussagen, dass ihm wohl im Auto schon schlecht war. Das habe ich jetzt nicht überprüft und auch nicht verifiziert, ob das hundertprozentig so war. Aber diese Aussagen liest man auf jeden Fall. Und warum war es ihm dann schon schlecht? Und warum hatte er eine Einstichstelle am Oberarm? Hat ihn vielleicht die Biene oder Wespe dann davor schon gepikst? Oder steckt er vielleicht was ganz anderes dahinter, wie zum Beispiel ein Geheimdienst? Könnte es vielleicht auch deshalb sein, dass die Blutuntersuchung möglicherweise keine Ergebnisse liefern wird? Weil Geheimdienste da schon diverse Substanzen haben, die sie spritzen können, die man höchstwahrscheinlich bei einer normalen Blutuntersuchung nicht so einfach feststellen kann, wenn man nicht weiß, nach was man sucht. Und wenn das ein Angriff war, wusste dann jemand vielleicht sogar, dass der vielleicht allergisch ist gegen sowas? Oder wussten die, was man spritzen muss, dass das einen anaphylaktischen Schock auslöst? Ganz wichtig hier, ich behaupte hier gar nichts. Das sind jetzt einfach nur Gedanken. Das ist mehr oder weniger fiktiv gedacht. Aber ich lasse euch halt einfach meinen Gedanken teilhaben. So und was jetzt zum Schluss noch mit dazu kommt, was ich merkwürdig finde, jetzt ist der 6.10. Warum hören wir nichts vom Chrupalla? Warum gibt es jetzt überhaupt keine News mehr? Ich meine, wenn denn irgendwie eine Wespe oder Biene gestochen hat, dann könnte er sich doch jetzt dann zu Wort melden und sagen, Leute, da war nie ein Anschlag oder sowas. Mich hat einfach nur eine Wespe gestochen oder sowas. Das kann ja auch noch kommen. Und auch wenn das kommt, jetzt sagen wir mal, das kommt jetzt heute oder morgen, stimmt das dann, wenn er das sagt? Oder könnte das sein, dass da dann vielleicht sogar eine Bedrohung im Raum steht? Also wie gesagt, das sind alles nur Mutmaßungen. Das ist jetzt alles nur fiktiv gedacht und hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Das sind jetzt einfach nur Gedanken. Aber ich frage jetzt einfach dich da draußen, würde dich eine Wespe stechen? Und du kriegst so einen Schock. Du musst ins Krankenhaus. Und sagen wir jetzt einfach mal, du bist jetzt irgendein Sänger von irgendeiner Band. Und den Tag darauf kannst du das Krankenhaus schon wieder verlassen. So, würdest du jetzt deinen Fans irgendwie was mitteilen? So ungefähr, hey Leute, mir geht es wieder soweit gut, mich hat irgendwie eine Wespe gestochen. Oder ich hatte einen Kreislaufzusammenbruch. Wieso meldet er sich selbst nicht zu Wort? Und das waren jetzt einfach nur Gedankenanregungen. Ich möchte euch da jetzt nicht im Weg stehen, dass ihr euer eigenes Hirn benutzt. Und einfach das, was ich jetzt gesagt habe. Wie gesagt, wir behaupten hier gar nichts und ich möchte mich da auch distanzieren, dass ich sage, das war jetzt hundertprozentig so. Das sind jetzt nur Gedanken in viele Richtungen und der Kopf ist ja bekanntlich rund, dass sich die Gedanken auch drehen und wenden können. Und die Spekulation wird halt einfach sein, was ist denn wirklich die Wahrheit? Schreib mir bitte in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat. Ich bin leider immer noch nicht ganz auf der Höhe. Ich habe mir auch so eine Grippe eingefangen. Es ist echt lästig und ekelhaft. Aber ich versuche trotzdem hier und da ein Video zu machen. Wenn du mich unterstützen möchtest, alles in der Videobeschreibung. Bitte ein Abo dalassen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.